So, im Hause Christian ist es wieder so weit. Es steht ein besonderes Ereignis an. Ich bin hier am rumrödeln und stelle fest, dass ich ein kleines Waschbärengeräusch höre. Und der Waschbär, der ist hier in die Lücke gefallen zwischen Da ist er. Guck, da ist er. Ich hab jetzt die Schuhe an. Ich werde versuchen, sie zu befreien. Ja. Ja. Ist ja gut. Ja. Ja. Das ist aber auch ein Scheiß. Na, komm her. Na, komm her. Na. Ech, sofort. Ech, sofort. Egal. Но,альномогда. Ja. Na, komm her. Na, komm her. Ja. Ja. Schätzchen. Ist ja gut. 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 Ist ja gut.